Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns hier am LWL Industriemuseum. Bei mir ist Robert Laube und ich werde jetzt mit ihm ein bisschen sprechen hier über die Extraschicht 2012. Was passiert hier, Herr Laube? Ja, wir sehen hier den Aufbau von dem Theater Titanic, die hier schon zum zweiten Mal zu Gast bei uns bei der Extraschicht sind. Diesmal mit einem Programm, das wie viel gemacht ist für die Extraschicht, die Hochofensinfonie, die wir in einer knappen halben Stunde hier erleben werden. Wie wichtig ist die Veranstaltung für den Landschaftsverband und die Regierung? Also ich denke, dass in Sachen Industriekultur, die Industriekultur ist die Basis, auf der diese fünf Millionen Menschen hier stehen. Das ist das Schaufenster unserer eigenen Kultur. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und unsere Brüder und Schwestern vom Landschaftsverband Rheinland sind präsent für die Kultur der Menschen hier. Insofern ist das eine ganz wichtige Veranstaltung, die ja eine Form der Selbstvergewisserung der Region darstellt. Wie sehen Sie die kulturelle Zukunft der Region? Naja, wir wissen ja jetzt seit einigen Tagen, dass die Kulturregion Ruhrgebiet auf der Vorschlagsliste der UNESCO für den Welterbestatus ist. In diesem Sinne muss ich sagen, haben wir hier gerade im Bereich der Industriekultur eine goldene Zukunft vor uns. Worauf freuen Sie sich heute Abend besonders? Also in einer halben Stunde, zur blauen Stunde, wenn man so sagen will, die Hochofensinfonie, das ist mein persönliches Highlight, das kann man so sagen. Dann freuen wir uns auf die Hochofensinfonie. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön. Und in diesem Sinne, Glück auf! Gundolf Nandiko, ein Name wie Musik, tolle Musik, tolle Performance haben wir jetzt hier gesehen bei der Extraschicht 2012. Und ja, ich muss mal fragen, wie kommt man auf sowas? Nun gut, wir vom Theater Titanic haben ja uns immer schon mit Open-Air-Inszenierungen beschäftigt, die den Rahmen sprengen. Und hier bei dieser Inszenierung, ich bin früher klassischer Musiker gewesen im Orchester und habe diese klassischen Orchester kennengelernt und ich wollte einfach mal diese klassische Musik, die man im Orchester spielt, verbinden mit den Elementen, die Titanic verbindet. Das Feuerwerk integrieren als einen musikalischen Bestandteil und auch mit ungewöhnlichen Instrumenten zeigen, was man an Musik darauf machen kann. Der besondere Reiz ist darin, dass das alles noch eine Persiflage praktisch auf dieses klassische Orchester ist. Wir haben diese klassischen Orchestertypen in diesem Stück, die nicht beachtete Graue Maus, die kleine Diva und es hat sehr viel Freude gemacht, das mit diesen Schauspielern zu erarbeiten. Hatten Sie das schon im Voraus so konzipiert mit dem Feuerwerk hier auf die Hochöfen sozusagen zugeschnitten oder war das schon so? Nein, diese Produktion gibt es seit einem Jahr. Hier passt sie natürlich besonders gut hin, das ist richtig. Aber unseren letzten Auftritt haben wir auf einem Feld gehabt und hatten im Hintergrund einen Wald. Da spielt dann der Kontrast eine ganz andere Rolle als hier, wo es ja eigentlich hingehört. Wie lange gibt es schon das Theater Titanic? Theater Titanic ist 1990 gegründet worden, also jetzt 22 Jahre. Ich war damals mit dabei, also bin mit Gründungsmitglied und jetzt ist schon meine Tochter dabei und ja, das scheint ein Familienunternehmen zu werden. Masse. Musik Also die Tallinn haben wir schon ein paar Mal gesehen und das ist immer Besuch wert, egal wo. Ja, also ich finde das auch gigantisch. Das ist irgendwie ein Fest für die Sinne. Was hat Ihnen besonders gefallen? Ja gut, dieser Zusammenhang hier mit Feuer und Kohle und viel Krach, das ist schon spannend. Musik dazu draußen. Musik 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 Also mir hat es sehr gut gefallen und hier, ich war bei der Sinfonie und das fand ich gigantisch. Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Also hier, also fast genau hier zum Hintergrund der Hochofen und die Kulisse und dann letztens war ich hier aber auch noch bei Camina Boran habe ich mitgemacht, also ich fand es richtig toll. Musik Musik Applaus 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 Applaus